Was gibt denn denn hier noch? Stimme ist wieder so ein Sein. Sammel, ey. Mann, Mann, Mann. Gleich noch eine Runde Minecraft aufnehmen, aber diesmal läuft das Let's Play ein wenig anders ab. Aber das dürftet ihr ja schon längst gesehen haben. Ich glaube, die Folge sind wir schon längst in Folge 2 angelangt. Oha, wer sagt denn sowas? Ach, ich bin auch so ein Held. Ich empfehle euch keine zu engen Behandlungen mit der Zuse. Zuse. Die nerven mich nicht. Ich darf es noch dahin gehen. Ich bin auch so ein Held. Da habe ich jetzt schon die ganze Zeit jetzt Kohle und ich schicke da keinen hin zum Abbauen. Ich bin wieder so ein Experte. Neues Forschungsabkommen. Stimmt, da müsste ich mich auch mal gleich wieder drüber nehmen. Mehr Knete habe ich ja da. Da bewegt sich wieder wat. Ein goldenes. Oh, es ist zu Ende. Ich hatte ein goldenes Zeithalter. Schon wieder voll vergessen. Nix war mehr vorgelegt. Oha, das ist so. Ich muss mal gucken, ob ich mich damit befreunden kann. Wie brauche ich dafür? 70 zusätzlichen Einfluss. Wo hat er denn die geklaut? Alter, verarsch mich nicht. Hier sind nur 15. Nein! Und jetzt ist das Ding vorbei, die Quest. Ach, verdammte. Wisst ihr Bescheid? Produktion wählen. Dein Zoo ist immer gut. Mit ein bisschen Ruhe ins Land. Und, äh... Ich wollte gerade was. Was fahre ich denn jetzt gerade? Ah, genau. Ey, du... Oh, das passt nicht. Dammt der Hacke. Ah, ich hab schon wieder was übersehen. Noch, ich kotze. Mecker, mecker. 80% abgeschlossen. Das ist schon... Ich denke mal, ob meist investieren wir eh gerade rein. Normalerweise ein bisschen noch Sos gebunkert. Lamenta, wo ist das denn gewesen? Ich weiß gar nicht, wo ich sitzen. Ach, da hinten. Ja, da komme ich doch mit dem Arsch nicht hin. Woll ich mir den Arsch nicht angucken. Soll nicht. Dann bin ich befreundet. Dann darf ich da durch, denke ich. Das ist perfekt. Da können wir eine Stadt reinquetschen. Vielleicht auch noch auf der Seite eine und dann passt das. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich... Nein, danke. Habe ich nicht. Irgendwie bin ich heute nur von Nervensägen umgeben. Verschwindet! Eigentlich hat... Darf ich dir einen Alexander nehmen? Eigentlich hatte ich schon Plastik, aber ich weiß jetzt gerade so vor, das rauszugeben, weil da hätte ich ja rumwühlen müssen. Jetzt. Immer diese Belästigung hier. Pö! Ah ja. Wir haben ja noch nicht genug Städte unter Kontrolle, ist klar. Das Problem an der Sache ist, wenn man in Städte klaut, dann werden die pissig. Und wenn die pissig werden, haben wir ein Problem an der Grenze. Also wir müssen uns der Sache sicher sein. Deswegen versuche ich die gerade ein bisschen mit der Religion zurückzudrücken. Dann kann man da ein bisschen mehr machen. So, du kannst dann da noch bauen. Du baust dann hier nochmal was. Du baust dann hier nochmal was. Langsam haben wir ja wieder was zum Basteln freigegeben. Schlimm sogar. Da kommt dann noch ein Bergwerk draus. Dann bringt auch nochmal was ein. Oh, was rödelt das denn? Und so. Und... Ich muss mir echt mal angewöhnen, so eine Art Schild zu machen. Vorsicht in der Aufnahme. Unglaublich, die Leute. Florenz, find sich das Wunder. Big Bang. Aus schlechtem Stahl wurde noch nie ein gutes Messer gefertigt. So, größer Künstler nehmen wir mit. Was machst du denn jetzt hier? Du machst jetzt erstmal hier so einen Bauernmuffet hin. Du bist ein Künstler. Bitte mach ein großes Werk. Hat Spaß. Wir haben jetzt ein tolles Bild bekommen. Das hängt jetzt irgendwo an irgendeiner Wand. Oder so. So. Ah, perfekt. Also ich bin echt dafür, dass wir hier jetzt die Stadt draufstehen. Ist mir scheißegal. Doch, wenn das nichts bringt. Aber kack drauf. Draufgeschissen. Okay. Jetzt haben wir hier die Insel dann für uns. Das ist gut. Nehmen wir die zwei Städte noch mit ein. Läuft. Also, dass wir uns damit verbünden. Ähm, njam, njam, njam. Schimmi ist ganz okay. Schimmi. Ey, du. Ja, genau du. Ich möchte mit dir wissen. Ich möchte dir ein Geschenk hier. Na da. Achso. So, das hätten wir. Ein bisschen hochgepokert. Und jetzt mal gucken, was der macht. Ich will wahrscheinlich jetzt rummeckern. Das finde ich jetzt aber nicht so toll von dir. Gucken wir mal da. Gar nichts? Warte. Nix? Nix? Nix ist gut. Dann nervt er mich wenigstens nicht. Nein. Das würde ich doch... Ach, ich habe zu lange gepennt. Einen wunderschönen guten Morgen. Das würde ich doch bauen. Ach, manchmal bin ich so ein Frosten, ne? Ähm. Okay. Die Völker, die am meisten lachen. Äh, das sind definitiv nicht wir. Was haben wir denn jetzt hier? Wow, da haben wir aber ganz gut reingebuttert. Denker und Erfinder aus der gesamten Welt sind zusammengekommen, um ihre Ideen auf der extravaganten Weltausstellung zu präsentieren. Dieses Projekt erfordert insgesamt 2800 Produktionen von allen Zivilisationen, um abgeschlossen zu werden, äh, werden zu können. Höhere Beiträge bringen mehr Belohnungen. Ja, ich würde sagen, da haben wir mal den dicken Bonus hier abgestaubt. Läuft. Das heißt jetzt im Klartext, wir haben jetzt irgendwie, äh, ausgerichtete Ausstellung, meiste Beiträge, Kultur erhöht. Läuft. Bahnbrechende Erfindung, das bedeutet freie Sozialpolitik, geht auch klar. Und noch ein goldenes Zeitalter. Ja, hatten wir ja nicht gerade schon. Läuft. Nehmen wir mit. So, und du gehst dahin, ich möchte das gesichert haben. Neue Stadt gegründet. So, dann machen wir uns direkt mal hier direkt breit. Einkaufen, bitte. Wenn wir das ja haben. Und das will ich ja auch. So, direkt mal hier die Dinger sichern. Dann habe ich mich mit den Affen auf. Lol, die Dinger sind jetzt weg, die da Feuer drauf waren. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Äh, städt ihr mit einer Mehrheitsreligion halt noch? Aha. Wenn ihr Religion, was bringt das denn nochmal? So, senkt den Einfluss auf Stadtschein langsamer als normales. Es schattet den Bau von... Das wird mich ja jetzt schon so langsam reizen, auch hier drauf zu gehen, ne? Wieso sind wir denn damit? Das kriegen wir eh gleich noch eine. Können wir hier noch die dritte machen. Dann machen wir Frömmigkeit schon mal voll. Also, let's go. So, haben wir nämlich das auch noch abgestaubt. Läuft, da kriegen wir nämlich direkt hier noch den Bonus. Tee, so sind wir doch gut dabei hier. So, das ist noch ein Bau. Wir können schon Kohle nutzen. Geist das damit schon. Wir können die beiden erstmal hier eine Fabrik hinstellen. Die Fabrik. Benötigt eine Kohle. Wie kann... Ah, ich verstehe. Das ist hier direkt so abgezogen. Das kann ich noch nicht bauen. Das weiß ich. Jetzt so bitte hin. Lol. Alles hier im Bau bringen. Erst einen Schein dazu. Zwiebeln. Und, ja. Jetzt haben wir nochmal eine dicke Expansion hingelegt. Das ist doch schon mal was wert. Mein Gott, das ist aber auch gerade gut am Rödeln bei mir. Ah, wir haben die Edelstellen von dem bekommen. Jetzt verstehe ich das. Interessant. Lol, haben wir den jetzt... Ne, das war hier. Räucher weg haben wir gekriegt. Ja, ist ja geil. Läuft. Mishaka hat Frieden mit Amin Al-Masur geschlossen. Na denn. Och, ich bin ein Pfosten. Äthiopien hat eine Ide... Ordnung erbeige führt. Ah ja. Das habe ich ja noch nie geschafft, Ideologie-Dienste kriegen. Das ist ja auch noch nicht. Oh, ich bin ein Pfosten. Ich bin ein Pfosten. Ich bin ein Pfosten. Ja, ich bin ein Pfosten. Ja, wieso? Was soll denn der ganze Quatsch hier? Was soll denn der ganze Quatsch hier? Was soll denn von Blösschen? Alter, was ist denn jetzt hier los, Mann? Lass doch geruckele sein. Ich will zocken. Äh, mal gucken. Ja, da, da, da. Bei all den Blödschen bin ich Knete mit... Hatwa, was ist das denn da oben, ne? Haben wir noch gar keinen Einfluss drauf. Wollen wir gleich zu probieren. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Was heißt das denn jetzt hier? Alter, hab ich das jetzt gerade gesagt? Ja, ich habe gesagt. Egal. Tourismus verfolgen und verwalten. Ihr könnt eure großen Werke und von Gebäude zu Gebäude verlegen und euer für einen Kultursieg wichtiges Tourismusniveau von anderen zu vergleichen. Ah, ja. Okay. Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn jetzt hier? Wie viel hab ich denn jetzt? Oh, zwei. Unglaublich. Die haben schon voll übertrieben, ey. Eure Kultur, ja. Die ist finnauisch, weiß ich. Jetzt hab ich voll vercheckt den ganzen Kack hier wieder. Das ist ja ganz ne neue Kram. Ich hab das voll vercheckt, ey. Das ist extrem, ey. Das ist so ein Vergleich zuerst. Erbärmisch. Draufgeschissen. Äh, blablabla. Da, dann machen wir hier jetzt ein... Oh, was machen wir denn hier jetzt hin? Tetris-Block? Ne. Boah. Entschuldigung. 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 Na komm, hier machen wir eine Bibliothek da rein. Gehen wir mal. Da ist ja mein Raum. Das finde ich noch immer so knusprig, das Stück Land hier, ne? Aber was ist denn jetzt schon wieder los? Hey, PC, hör auf damit. Obwohl, wir sind, glaube ich, eh schon fast durch mit der Aufnahme, ne? Ne, komm. Bisschen geht noch. Sein, der fängt jetzt an zu rumzupölen. Da habe ich jetzt mich keine Lust zu. Es geht aber scheinbar noch. Erst noch ein bisschen abschmieren. Ein Handel. Diese Vereinbarung hat unsere Nation und unsere Freundschaft stärker gemacht. Sollen wir sie erneuern und weiter gemeinsam gedeihen? Genegend. Stempel schwingen. Was ist schon ziemlich praktisch, dass wir jetzt einfach noch von denen die Religion mit ausnutzen. Läuft. Und wenn da ruhig immer eine Fremdreligion drinbleiben, ist schon ganz gut. LOL. Wie geil ist das denn, bitteschön. Rufel. Vielleicht übertrieben? Gar nicht übertrieben. Ich brauche mal Knete. Aha. Das Forschungsabkommen ist abgeschlossen. Yay. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich schreibe erst mal ein Buch. So, was sagt der jetzt hier? Blablabla. Dann kannst du erst mal da hingehen. Koordinat. Heingehen. Und da ist es schon fertig. Mein Gott, was geht hier jetzt? Aha, interessant. Das ist ja interessant. Wie geht das wieder los? Ah, das können wir mal machen. Das ist gar nicht so schlecht. Hallo? Der Rechnerrad macht gerade gar nichts mehr. Okay, Leute. Ich glaube, dann machen wir doch hier schon die Aufnahme-Cut. Ich sehe gerade ein Frame, zwei Frame, drei Frame, ein Frame. Ich speichere hier jetzt einfach mal zwischen, was ich hier für eine Kultur und so ein Kram nehme. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.